Einmal sind hier natürlich sehr schöne Berge und in den schönen Bergen gibt es eine sehr schöne Rodelbahn, die uns, glaube ich, auch gut liegt. Wir haben hier schon tolle Erfolge feiern können. Im letzten Jahr hat man uns gefragt, ob wir nicht Blumentöpfe dieses Jahr mitbringen wollen, dass wir uns in unserem Wohnzimmer wohlfühlen. Ganz so weit ist es natürlich nicht. Es wird dieses Jahr mit Sicherheit ein sehr harter Kampf, weil gerade auch die Österreicher, die ja von hier eben kommen, ein großes Wörtchen da mitzusprechen haben werden. Aber auch die innerdeutsche Mannschaft natürlich heiß umkämpft, da die ersten Plätze, sage ich mal, sich in den Kampf liefern wird. Und von daher ist es, glaube ich, super spannend, den Doppelsitzer-Klasse mal. Ich liebe immer, dass ich zu Eagles kommen. Innsbruck ist ein schönes Ort, die Mäste sind großartig. Und es ist einfach eine schöne Atmosphäre, um zu fahren zu fahren. Also ich bin sehr glücklich. Ja gut, es war hier meine erste Weltmeisterschaft 2007, also sozusagen vor zehn Jahren. Ich komme hier immer wieder gerne her. Hat die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich fahre wirklich gerne und bin auch immer hier wirklich schon schnell, wenn ich mich nicht selber aus dem Rennen nehme. Ich komme hierher. Hehehehe